so und damit herzlich willkommen zurück zum vierte bis an die schmutzbecken let's play episode 35 ich nehme direkt nach der meine episode auf und hier scheint der strom jetzt wo es liegt hier sind der strom jetzt zu sein ja gut ja hier habe ich geben das aufgebaut und wir brauchen jetzt mehr dampf als er braucht man so soliden sprudelbrenner was ist es ist jetzt aus der stoff brenngeräte haben wir dann auch welchen was machen da die steel plates ja mit denen werden wir nicht auskommen wir haben eben oben in die maschinerie komisch hat vor jetzt noch nicht gelegt und jetzt auf einmal naja es ruggelt eigentlich nur ganz kurz also das ist denke ich aushaltbar ich habe eins mehr muss ich noch in die höhe platz sie mir gleich jemals hauptsache auch egal ja hat fast gerecht dann kräft man in der zwischenzeit seinen aqueos fuze aque ok gerade das haben wir noch nicht zum kräften ach was da ist uns doch wirklich das glas ausgegangen wo gibt es denn sowas da kommt im partieren bitte kräft kräft da hinten ist denke ich ganz gut 1 zu 3 wo jetzt muss ich zugegeben naja was will man machen 2 3 woppa akte schwede wo es kräpte ich auch zwischen die hauptschöpchen naja ist wo wir haben hier sogar noch die Produkte aber jetzt natürlich mitgedacht denn davon ja explodiert nicht raus und zum hochdruckbeuler verbindete sich ja ja mach mal den kleinen umweg ja was solls dann müssen jetzt oben unsere Steelplates fertig sein wow 6 Minuten sind auch schon wieder meine Güte wieder runter bei dem Gelege also ich brauche noch 12 10, 11, 12 obola daneben sehr schön was aktivieren ja wird ein wenig gebrochen im E-Kabel da werden wir auch nicht allzu weit kommen ähm hm hoppla das sollte man wieder haben ja anscheinend nicht genug na was ist denn los glas ach da kommt und zum schatten auf basic prozessor und charcoal ja noch aktiviert man nicht ja wir warten bis er vor ist dann können man die geschichte aktivieren ach ja die ec maschine funktioniert aktuell nicht was soll es hätten sie dann demnächst wieder anschmeißen sobald der boiler her temperatur ist mal schauen wie lange sich dann hält ich bin nämlich die nächsten zwei tage nicht zu hause und kann dann nötig nicht das einfachste sein schaut mich hier dafür aus wieder da kann man nämlich die die maschine aktivieren und da mache ich eine kürze episode wie gesagt die nächsten zeitlage bin ich nicht einmal wenn ich nur wieder da bin dann geht sie weiter bis dann ja w w w w w